Bitcoin und Ethereum, was die nächste Bewegung? Lass uns das in den Charts herausfinden. Oh mein Gott, Bitcoin ist sich hier am Umdrehen. Wir haben Profite genommen auf unserem Trade. Wir werden darüber reden. Und werden wir bis zu diesem Bereich runterkommen? Oder werden wir eigentlich hier abprallen von dem Bereich und werden viel weiter nach oben gehen? Wir werden darüber reden in der heutigen Sendung. Ich bin zurück. Ich habe gestern keine Sendung gemacht, weil ich musste mich erstmal erholen von dieser Geburtstagsfeier, die wir hier hatten. Und ja, ich werde noch einen Bitcoin vergeben. Ich werde morgen jemanden aussuchen, der einen Kommentar hinterlassen hat und der abonniert es zu meinem Kanal. Also wenn du das noch nicht gemacht hast, geht drüber, abonniert meinen Kanal, geht sicher, dass ihr abonnieren drückt und geht doch in die öffentliche Telegram-Gruppe. Die Links sind in der Beschreibung von dem Video. Also werdet Mitglied der öffentlichen Telegram-Gruppe und natürlich auch, hinterlasst einen Kommentar auf dem Geburtstagsvideo und sagt mir, was du mit dem Bitcoin machen wirst, wenn du ihn gewinnst. Also das wäre sehr interessant, das zu hören. Okay. Aber vergisst nicht, gefällt mir und abonnieren zu drücken auf diesem Video natürlich auch und das mit euren Freunden teilen. Wir werden darüber reden, was wir jetzt machen. Mit dem Trade, der letzte Trade, den wir gemacht haben, den haben wir im Profit geschlossen. Also, was machen wir jetzt? Und natürlich auch, wenn du interessiert bist zu traden, dann könnt ihr das tun, indem ihr rübergeht zu buybit.davincij15.com oder femex.davincij15.com, wo ihr einen Bonus erhalten könnt, wenn ihr euch anmeldet. Und diesen Bonus könnt ihr dann benutzen, um zu traden, anstatt euer eigenes Geld zu benutzen. Okay. Lass uns rübergehen zu den Charts. Aber bevor wir das tun, denkt dran, das ist kein finanzieller Rat. Bitte macht eure eigenen Recherchen, bevor euer hart verdientes Geld in den Markt steckt. Okay, also lass uns rübergehen zu den Charts hier. Also, wie ihr sehen könnt, wir formen vielleicht hier eine Bull Flag. Also, das ist gut. Das ist immer noch gut. Ihr könnt das hier sehen. Das ist ganz klar, dass wir das vielleicht machen, zu diesem Zeitpunkt. Aber trotz allem, das ist keine Garantie vom Management, dass das funktionieren wird, so wie du es möchtest. Und das bedeutet, es kommt den ganzen Weg hier runter, bis zu dieser Linie hier. Und das ist ungefähr bei 47.000 Dollar. Prallt davon ab und geht dann weiter nach oben und bricht durch diese Linie hier. Und wenn diese Linie schwierig ist zu zeichnen, lass uns sehen, wo wir das hinsetzen können. Ich würde sagen hier, also wenn du das traden möchtest, ich glaube, der beste Punkt, hier ein Trade zu öffnen, auf dieser Bewegung, wenn es ausbricht, dann wäre das genau hier. Diese Spitze hier von 48.200, das wäre ein guter Bereich für diesen Breakout-Trade. Wir haben darüber geredet, über unseren Trade, der jetzt schon im Profit geschlossen ist. Jetzt denkt dran, und der war bei 46.300, also genau hier. War das 2%? Ja, ich glaube schon. Und dann sollte das ein 2 zu 1 sein. Nehmen wir diesen 2 zu 1? Ja, das ist richtig. Wir sind immer noch in diesem Trade. Also musst du dir jetzt Gedanken machen, weil ich habe euch gesagt, ihr müsst euren Stop-Loss in den Profit setzen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt Profite nehmen. Aber ich glaube wirklich, dass wir weiter nach oben gehen. Aber das ist der jetzige Trade, in dem wir sind. Und dann könntest du natürlich auch den nächsten Trade nehmen. Wenn es ausbricht, dann nimmst du das gleiche Risiko. Also einfach hier hoch und wieder mal das gleiche. Und dann den ganzen Weg hoch bis zu 50.000 ungefähr. Also ja, lasst uns sehen, wie sich das entwickelt. Wir könnten nach unten brechen. Und was ihr dann machen könntet, dann könntet ihr euren Stop-Loss etwas weiter runternehmen. Ich habe nicht wirklich Profite genommen. Noch nicht auf diesem Trade. Okay, also, wenn wir weitermachen mit Ethereum. Aber bevor wir das tun, denkt dran. Wenn du unseren Gruppen beitreten möchtest, unseren Telegram-Gruppen und dieses Video live sehen möchtest, dann musst du rübergehen zu davincij15.com und dann kannst du dir das Abo holen. Wir haben momentan 75% Rabatt. Und ja, ihr könnt ein Teil unserer Telegram-Gruppen sein. Ihr könnt meine ganzen Trades sehen. Und ihr könnt diese ganzen Extra-Videos sehen, die ich für die Mitglieder mache. Und natürlich auch. Und Lee macht auch tolle Trades für unsere Gruppe. Also schaut euch seine Trades an. Okay, wenn wir rübergehen zu Ethereum. Dann können wir sehen, dass Ethereum, es macht genau das gleiche wie Bitcoin. Es dreht sich um. Lass uns rübergehen auf die vierstündige Chart. Genau hier, auf die etwas farbligere Chart, die uns ein Desaster signalisiert. Ich habe mir etwas Bedenken gemacht, weil bei Bitcoin und bei Ethereum, wegen dieser Divergence, die uns ein Signal gegeben hat, wir sollten weiter nach oben gehen. Aber eigentlich, normalerweise, normalerweise drehen die sich um. Also, dass sich hier die Divergence umdreht, bevor wir dann sehen können, dass der Preis weiter nach oben geht. Aber das hat sich hier entschieden, eine Divergence zu bilden und dann abzuheben. Also, ihr könnt sehen, wir haben hier eine Divergence. Von hier bis zu dem Punkt. Und die ist hier bestätigt worden, ungefähr hier in diesem Bereich. Und da war der Preis bei 3400 Dollar. In dem Bereich. Und dann ist es nur etwas zurückgekommen. Und das war es. Und jetzt hebe ich ab. Und dann sind wir abgehoben. Okay, also ich glaube, dass das signalisiert, dass wir abgeschossen haben mit dieser Divergence. Aber ich glaube, dass das hier auch eine Bull Flag ist, die sich hier formt. Aber mir gefällt das nicht, wie steil es ist. Wir müssen einfach abwarten und sehen, wie sich das entwickelt. Oder ob wir immer noch in diesen Abwärtskanal hängen, den er jetzt so nicht gebrochen hat. In irgendeine Richtung. Also wir müssen einfach warten, was passiert bei Ethereum auf der 4-stündigen Chart. Wenn wir rüber gehen, wenn wir rüber gehen, dann können wir sehen, wenn es diesen Bereich durchbricht, dann möchtest du deine Long-Position nehmen. Und ich wäre sehr vorsichtig mit den 2% bei Ethereum, weil es liebt es, diese Stop-Runs zu machen. Also lasst uns das bis zu 3% nehmen. Und dann ein 2 zu 1 Risiko zu Gewinnverhältnis. Aber leider, leider ist das etwas höher. Aber nee, das ist in Ordnung. Das ist nicht so schlecht. Und dann könnt ihr sehen, das bringt uns in diesem Bereich bei 3.800 Dollar. Und das ist ein guter Bereich. Und da könnt ihr auch sehen, wir hatten hier sehr viel Preisbewegung. Und die Preisbewegung wird da etwas Pause machen. Und konsolidieren. Und dann sich entscheidet in eine Richtung. Also dann kannst du deine Profite nehmen an dem Bereich. Bei Ethereum. Okay. Ja, wieder mal. Lassen wir nochmal rüber gehen zu Bitcoin. Ich habe darüber nachgedacht, Profite zu nehmen. Dass wir Profite nehmen bei Bitcoin. Bei ungefähr. Ich glaube, es war der 50.000 Dollar Bereich. Denkt dran, 2%. Wir machen nur 2%. Ja, das ist gut genug, 2%. Und dann ein 2 zu 1 Risiko zu Gewinnverhältnis. Ja, ungefähr 50.000 Dollar in dem Bereich. Nur um euch nochmal dran zu erinnern. Und wenn wir rüber gehen zur Dominanz. Oh. Also, wir sind noch nicht am Ende jetzt. Ja, das hat diese Linie durchbrochen. Aber das ist nur eine tägliche Kerze. Ihr seht über mir, dass Bitcoins Dominanz einfach nur sehr stark ist. Und wir müssen sehen, ob Bitcoin etwas schwächer werden können gegen die Altcoins. Weil ich will, dass meine Altcoins nach oben gehen. Ich will, dass meine Altcoins richtig nach oben gehen. Bitte. Aber wisst ihr, wir können nicht immer das haben und einen Bullen mag, wann immer wir wollen. Also, wir werden höchstwahrscheinlich sehen, dass wir hier weiter nach oben gehen. Bis zu dem 45% Bereich oder 44,5%. Und dann weiter nach unten gehen. Und richtig heftig. Und wenn es das tut, dann wird es höchstwahrscheinlich richtig massiv. Lass uns einfach abwarten und sehen. Es gibt eine Möglichkeit bei den 48%. Und das wäre einfach nur Katastrophal. Lass uns das nicht sehen. Bitte nicht. Weil das wird einfach Kryptowinter. Und ich werde darüber reden in meiner Gruppe, ob wir einen Kryptowinter haben werden in der nächsten Zeit. Und dann werde ich sehen, ob wir jetzt diesen Altcoin-Winter haben oder nicht. Das letzte Mal, als ich gesagt habe, dass wir einen Altcoin-Winter sehen werden, haben wir einen brutalen Winter gesehen letztes Jahr. Aber wir haben es überlebt. Und wir sind auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Okay. Also mit dem gesagt, das ist die Bitcoin-Dominanz. Weil Bitcoin eine dominante Währung ist. Aber wisst ihr, die Leute haben Interesse, andere Altcoins zu kaufen. Weil sie, sie möchten dieses gleiche Gefühl haben, wie du Bitcoin bei einem Dollar gekauft hast, wie ich es gemacht habe. Und dann einfach sehen, wie es wächst zu unglaublichen Höhen. Und du daran festhältst, an diesem Bitcoin. Und ich verstehe diesen Punkt. Aber denk dran. Bitcoin ist das echte Geld. Bitcoin geht nirgendwo hin. All die anderen Coins, sie versuchen einfach nur das zu übertreffen, was Bitcoin gemacht hat. Aber Bitcoin hat diesen Vorteil, weil es zuerst war. Und weil es diese ganzen Vorteile hat, die die anderen Coins nicht haben. Und deswegen ist Bitcoin echt. Bitcoin ist hier, um zu bleiben. Und ihr müsst ein Teil davon sein. Boom. Boom. �